FIFA Was ist das für eine Kamera? Wie steil ist die? Hast du die nicht gerne steil? Ich hab die bei mir nicht gerne flach, muss sie immer ganz steil stellen Ich weiß noch wie ich bei FIFA 96 damals immer in so einer Nicht third person, aber es war auch nicht weit entfernt davon Ich auch nicht wusste, dass man das umstellen kann Ha Bei den beeinflussten Kinder wieder das unklautige Tempo, das auch nicht mal ausgelöst hat, nicht gefährlich zu halten Mehrere und die Ah Immer noch Raucherhusten Gefährlich, gefährlich Mit dem Ball am Fuß Richtung Gegner des Resort Was? Paul, ja, will ich wohl sagen Wieder wieder mit unfairen Mitteln Ja Hey, guck mal, das war auch abseits Deine Mutter Foul Aber aus Versehen Bäm Nein Kontertor Nein Jetzt hab ich ein Problem Elfmeter Yes Schön weggefoult Wie stehen die da? Was ist das? Was? Was? Gut, ey Und verwandelt diesen Elfmeter Er Mann, der steht da perfekt, ey Wirklich ein Millimeter am Bein vorbei, ne? So ein läppiger Schuss Ah, Kontertor jetzt Tonnenviter Ja, Moment Du Nutte, das muss rot gehen Ich bin erstmal weg Es ist rot, es ist rot Es ist rot User left your channel Weniger müssen sie jetzt versuchen, die Führung zu verteidigen Für nur gestreift mit dem Arm zu machen Und da ist das Tor, 2-2 Sehr schön Jetzt ist das auf den Trainer schieben, oder was? Mann Nein Oh Glück gehabt Ich bin keine 0815 Kost hier Abseits Abseits Kein Abseits Mann Ja Diagonal gehen ist immer schön Ja Ja Mann Anderer da Ja Ja Das müsste auch rot sein Meiner Meinung nach Das ist halt sehr taktisches Foul Du Nutte Oh Oh So ey, f*** dich Nein Okay, tschöö User left your channel Bist die alle mal drei, oder? Queen Mann, was passiert denn? Ich pass auch immer weiter zurück, ey Nein! Und nochmal! Das dritte Mal, glaub ich Nein Ich hab halt leider nur noch einen hier Pock Oh nein, der kommt noch dran Bum Junge, wie kommt der denn hier? Und festgehalten, schlafen gemacht Ohhhh 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 Und er perlt nicht rein Nein Nein! Was für'n Schrott Erbärmlich Ja Ohhhh 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 Man, jedes Mal bei dem, da Hm Bisschen unbefriedigend, für mich jetzt sogar ein bisschen Ja Zwei-zwei nur Aber das können wir ja noch ändern Jaja Mann Schiri, du stehst doch da Sie ist auf den, ey Voll auf den Falschen Der Mixer Jo, kannst du machen Nein Das gibt's doch nicht Viel zu weit Vorteil? Für was? Gegen meinen Schienenbein geschossen, oder was? Da war doch gerade eben noch Vorteil, habe ich so gesehen Kann sein Nicht mal gelb Keine Karte Mann, wie lange musst du denn da gucken Fick, ey Ja, ich denke auch Nichts mehr dazu bekommen in der zweiten Hälfte